Hallo und herzlich willkommen zurück zu Code Vein, wir müssen ja immer noch hier durch das abfallende Däubchen Ich sag jetzt mal dürflich, nein, durch die Stadt, haben wir zuletzt hier den Weg freigemacht, um dass wir jetzt auch ein bisschen in der Nähe haben. Was? Das habe ich nicht vergessen. Achso, sind wir da. So, dann können wir jetzt hier weiter gehen. Nicht nur was. Natürlich können wir unsere Ausrüstung auch aufbessern. Da drüben waren wir gar nicht. Würde es sich lohnen? Steht da irgendwo eine Kiste? Nein, es würde sich nicht lohnen. Aber hier ist noch was. Da ist noch eine Kiste. Wir finden ja hier noch was cooles. Zweihänder. Finde ich jetzt nicht so cool. Wir müssen jetzt hier Big Mama besiegen. Ich ziehe in zwei so möchte ich die ein bisschen hier hinziehen. Oh Gott. Es geht wieder. Was ist hier immer noch? Man kriegt ernie und nicht heute noch ein bisschen zählen. Alter, los, hilf mir doch mal! Ja, das war gut. Hallo, 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 hallo! Ich hab dich besiegt gehabt, du Miss Free! Die warten da reinweise auf ihren Totals, oder was ist das hier? Musst du überhaupt hin? Ich denke, da geht's noch rum. Ah, weißt du, was hast du? Wollte ich den Gegner stunnen und dann... Was kann ich denn mit so einem Scheiß machen? Damit kann ich schmieden, ist klar. Karte. Ein zu wiederherstellung des Prometers überrestes, zwei nötiges Kristallfragment. Jäger überrest... Bitte, man kann mal in irgendwelche Sachen schmieden, oder? Nein, das habe ich nicht vorgehabt. Rutsch mich aus. Das habe ich nicht vorgehabt. Ausrutschen. Ja, ich bin großartig. Ich bin großartig. Ich kann mich nicht mehr auf den Weg nehmen. Ich kann mich nicht mehr so weit wegnehmen. Aber ich bin großartig. Was ist das? Vom Endgegner wird ja wohl nochmal so eine Mistel kommen. Ich werde unvorsichtig, ich merke das gerade. Ich werde unvorsichtig, ich werde unvorsichtig. Ich werde unvorsichtig, ich werde unvorsichtig sein. Was ist das? Es war ein tolles Ding. Eine helle Bade habe ich jetzt. Okay, ich bin ein Lung. Oh, da ist ja schon wieder so'n dickes Ding. Nein! Warum immer auf mich? Was ist denn los mit ihr? Die gefällt mir aber optisch besser. Ja, da mach ich wieder lassen, okay? Sag, ob ich so hübsch... ...ich jetzt noch einmal getroffen werde, bin ich Matschung. ...ich jetzt noch einmal getroffen. Ich denke, die ganze Scheiße... ...ich jetzt noch einmal ... ...ich jetzt noch einmal getroffen ist. Ich bin nicht vergiftet. Das Problem ist einfach, ich brauch so eine scheiß Missile. Sonst ist es gleich zu Ende mit mir, da ist es einfach Gott sei Dank. Gott sei Dank Leute! Halleluja! Ich habe jetzt damit gerechnet, dass wir hier voll abkacken. Aber wer hatte noch mal Glück? Was kann denn so der Jäger? Kevin, Coop-Besitzer ist Kevin. Wer ist zur Hölle ist Kevin. Jäger ist aber einsetzt sich bestens für Fernkampf. Ist nicht so meins, muss ich ganz ehrlich sagen, Fernkampf. Hier habe ich schon alles gelernt. Berserker, hohe Stück, stelle ich jetzt mal ein bisschen schwerer Rüstung. Nein, ich bleib bei meinem… Das ist schon okay. Gegengift… Das scheint giftig zu werden. Sollte ich hier runterklettern? Okay, mal gucken. Das ist ja in der Englisch da, bitte mal. Das interessiert mich ja jetzt dann doch. Nein, wenn wir jetzt ablosen, dann ist es nicht so schlimm, weil vorne ist ja die Mistel. Wir haben also noch nicht viel dann gemacht. Wir haben einen neuen Prometheus-Überrest. Wir müssen wahrscheinlich A, B, C, D finden. Oder so, oder noch weiter. Wir können aber nicht weiter jetzt. Also da war jetzt nur der Überrest. Cool. Ähm, ja. Was? Schon unterwegs? Was? Schon unterwegs? Es sah so nach so einem neuen Gegnertyp aus, deswegen habe ich ihn erstmal angeflammt. Er ist definitiv neu hier mit seiner Hellebarde. Sie läuft einfach mal bestimmt drüber hinweg. Ah! 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 Für mich. Oh. Das ist nur so ganz! Hier! Das ist hier. Hier bleibt unbedingt so. Ja. 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 Da verursacht. k die gestehen dann wenigstens irgendwie wieder Energie vollbekommen oder so. Das ist bestimmt so eine richtig coole, fette Rissoum oder so. Hosenko-ko? Ich schilder. Das hier noch was lebt. Okay, meine Freunde. Uns erwartet, denke ich mal, jetzt der nächste Endgegner-Kampf. Der Boss-Fight nicht Endgegner. Ah je, das kann ja was werden. Ich werde das einfach weg. Ich werde das nicht mehr so schnell. Keine Ahnung, das ist das Schild. Die neue Struktur ist wichtig. Ich werde das immer wieder sehen. Ich werde das nicht mehr sehen. Das ist noch nicht so, was ich. Das ist das Schild. Ich werde das nicht mehr sehen. Das ist das Schild. Das ist das Schild. Man kann aber aufhören. Ja, du bist klar. Ich würde mal schümmen. Jäzsä oanzen naa. Ta, kse wana, jäker. Auf geht's, Koenig! Ah scheiße Nami! Nami? Scheiße. Ich würde mal sagen, das können wir besser. Sind natürlich auch alle Feinde wieder da. Ich möchte aber schon gucken, dass ich da... ...schon... ...ohne, ähm... Die Schaden eben kommen, weil ich nicht sehe. Aber da liegt nichts mehr hinter. So, jetzt können wir uns nämlich viermal heilen, das ist schon mal ein bisschen mehr. Ja, sie steht schon mal weiter. So, jetzt können wir uns nämlich viermal heilen, das ist schon mal ein bisschen mehr. Nein. So. Was ist das denn schon wieder? Quatsch. Nein, nix entfernt. Und das Akku. Automatisch wieder her. Ach. Jetzt... Oh, ich bin auch dämlich. Entschuldigung, Scheiße. Wir sollten definitiv das Gegengift mit reinpacken. Die blöden Leuchtstäbchen machen wir nicht. Nein. Der Gift ist hier wahrscheinlich resistent. Das ist okay. Der Schauke ist sicherlich. Ich bin ausgewöhnlich, Alter. Ja! Das war's für heute. Ah, f**k. Nein! Hallo, ich hab Gegengift benutzt. Überhaupt keine Chance gegen das Mist. Das ist schön und cool, dass du mich wieder belegst, aber... Vielleicht doch mit einer etwas stärkeren Waffe. Ähm... Scheiße! Das war gut. Das war gut. Aber es ist ja die Dark Souls... ...like Spirale, was hier war. Jetzt müssen wir natürlich gucken... Ähm... Das war gut. Die waren eins besser, also... Dafür haben wir aber auch... Ein bisschen die falschen Talente, glaube ich. Obwohl, nee. Ich tausche das nicht, braucht das Feuer. Jäger. I need the fire! Ich sage natürlich auch kein Gegengift mehr und so. Scheiße. so... ...aar Quatsch! Hehehe... Ich bin mal rumgerannt. Ich komm mit dieser Kannwaffe nicht mehr zum Anreifen! Das war's für heute. Das war's für mich. Das gibt es nicht. Was soll ich denn machen? Haben wir nur eine stärkere Rüstung? Weil mit dem... Ah, ich kann es gotzen. Ja, halt die Fresse. Ist irgendwas besser? Nein, es ist nichts besser als das Ding. Ah, verdammt. Verdammt. Vielleicht sollten wir... Was kann Yakumo? Auf jeden Fall eine fettere Waffe am Start. Wir gehen erstmal zur Basis zurück. Ich muss erstmal gucken, was wir vielleicht verbessern können und so. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, euer Hunter. Ciao, ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.